Ja, ihr kennt mich wahrscheinlich eigentlich für gute Laune zuständig, jetzt ist es was Ernstes. Gute Laune ist Pflicht, auch für euch. Aufgeben ist keine Option, dementsprechend ab in die Halle, abgehen, mit der Mannschaft feiern, sie zum Sieg preschen und dann wird das Projekt Phoenix Hagen auch weitergehen in Hagen. Und dafür brauchen wir euch abgehen. Ey, ich meine auch dich, dich auch und dich, du auch. Abgehen, das ist es.